halli hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ja mit dabei sind die üblichen verdächtigen nero janik und natürlich onkel hallo schön ja ja der rest ist mittlerweile aufgegangen weil es ist schon relativ spät würde ich mal sagen mittlerweile die war schon im letzten part of ich krieg ja nichts mit ja wie der nero der sollte immer noch fleißig erbauen der nero der hat hier schön was einfallen lassen guck mal der nero guck mal hier rivano lp hammer und dodo ich warum bin ich eigentlich der einzig schwarze hier gamers check lp dann haben wir hier nero und hier haben wir den noxie ja und rivano ist grün ich auch verdammt zu früh gelacht so okay also was brauchen wir sagst wir sollen füllen was ist denn das hier von der bude aber wollen wir den trike zahlen gehen jetzt wollen wir auch genau genau wir brauchen tatsch ich setze grad noch ein paar ja ich mach ich mach ja mit paar drogen auf bitte was was machst du heile von dem was noch da ist narkos narko drogen ja ahn du narko lebtiger satsch 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 genau dann holen wir den trike was von elginn ich brauche ganz normale pfeile ich habe jetzt noch nicht ohne hände nein ich hab noch genug Gut, dann packe ich sie oben in den Waffenschrank rein. Bitte können wir uns sammeln. Ach, sauer. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nötzi, wollte ich sagen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Schluss, alles vorbei. Was ist denn? Was ist denn? Schluss. Ja, es könnte sein, mir wird langsam Müdigkeit. Ich fange jetzt an Müll zu reden. Das wäre doch jetzt Müll. Hat es heute nicht. Warum? Ich habe Müdigkeit. Ich habe gesagt, ich bin schon am Sammeln. Ja, ist ja gut. Du hast doch gefragt, Mann. Ja, ist doch gut. Ist doch alles in Ordnung. Nein, gut. Level up. Ja, schön. Entschuldigung. Voll in die Aufnahme. Ja, das wollte ich jetzt. Ist doch nicht schlimm, es ist nur menschlich. Wie schaut es eigentlich aus mit der Wasserleitung? Es ist menschlich. Ihr Dosenwurstbegatter. Noch brauchen wir keine. Du bist doch Barmeister. Oh, nein. Was? Wieso nein? Oh, nein. Wieso nein? Ich habe gerade Dings zerlegt. Meine Axt und mein... Also nicht meine Axt, sondern meine Spitzhacke. Meine Axt ist aber auch zerlegt, also kann ich auch kein Zeug halten dafür. Nein, Spitzholz hacken. Hacken. Was? Was? Spitzholz hacken. Ey, das war jetzt krass. Ja, ich habe schon Fragen draus gemacht. Wenn du von hier, von der Seite läufst, ein bisschen weiter weg bist und genau den richtigen Winkel hast, siehst du den Zaun nicht auf die Schnelle. Wo ich jetzt hier so lang bin, da bin ich jetzt übelst erschrocken, wie auf einmal ein Zaun steht. Alter. Ich glaube, du bist echt schon ein bisschen spät dran. Wieso? Ist doch... Ist doch niger. Ein schönes Gehäcker für unsere Dinas. Okay, was haben wir denn hier? Rüstung, Waffen. Haben wir hier noch eine Spitzhacke drin? Warum ist denn im Waffenschein Steine? Was ist das denn? Ähm, wie viele Pfeile hast du denn? 13. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ich habe 13. Dann gebe ich dir noch ein paar ab. Das ist nett. Oh Gott, Kinder. Also ohne Scheiß, wir brauchen unbedingt mal was anderes an Waffen beziehungsweise an... qualitativ hochwertigem Irgendwas. Die Scheiß... Ach, die Scheiß... Das Steingedöns, das liegt so oft. Was ist denn? 11.25, dann kann man ein Smithy bauen und Metallwerkzeuge. Wir haben wieder Zeit. Ach, geil. Hä? Was? Hier ist eine Spitzhacke drin. Warum auch immer. Die gehört ja gar nicht rein. Im Heid, im Heid drin ist die Spitzhacke. Was? Ach, warte mal. Zählt jetzt, werde ich jetzt die Spitzhacke bei Waffen reintun? Zählt das da auch? Werkzeugschrank müssen wir noch machen, oder? Boah, da fehlt nämlich hier nämlich. Fehlt nämlich hier nämlich. Alter. Da müssen wir aufpassen, jetzt haben wir hier zwei. Warte, dann machen wir die... Welchen von den zwei wollen wir nehmen? Dann töten wir nämlich erst den einen und dann dann tamen wir den anderen. Der Rote sieht cool aus, oder? Der hat Level 20. Gucken wir gleich mal, was der hier hat. 36. 20 töten wir. Okay, dann warte, dann muss ich noch die Beile um. Ich habe meine Werkzeugkiste gemacht. Me too. Hat aber nicht geklappt. Bereit? Sonne? Ja, von mir aus. Drei, zwei, Feuer. So, jetzt. Ich muss hier weg. Huch! Lass mich noch nach. Lauf einfach, ich schieße lange. Metall ist schon. Hä? Ein Hinne gibt's, äh, muss noch. Achtung, der andere ist hinner, die hat nicht. Warte, ich mach das, lass mich gut, lass mich gut, mach ist okay. Ich hab da Werkzeug draufgeschrieben, weil da Werkzeug drin ist. Ja, wir haben gleichzeitig was draufgeschrieben. Wechselst du schon mal? Ja, ich, äh, jetzt die Aufmerksamkeit auf den, dann kannst du wechseln und dann, hast du, hast du Flint einstecken? Ich wechsel. Hinter uns sind 33 Stück noch im Schrank. Oder so. Hab gewechselt. Jop. Ah, eigentlich. Ja, der kommt mir verdammt nah. immer schön laufen. Am besten immer durch die Bäume laufen. Ich lass mich den Schrott immer mal einstecken, weil sonst können wir... Irgendwie hat er sich auf mich eingeschossen. Äh, ich merk's doch schon. So, erstmal ein bisschen Holz. Du bist aber auch, du bist aber auch ein schnuckliches Kerlchen. Ein schnuckliches Kerlchen? Ja. So ist die schnucklich. Ach so, schnucklich, ich verstehe, als schnucklich. Doch, er hat angetäuscht. Oh, ist das ein Biest. Ja, oder nicht der? Schönes Ding. Immer noch Sedge, oder? Ähm, ja. Sedge ist leer, Holz haben wir eigentlich noch. Sammeln wir erstmal ein bisschen Beeren, bevor wir was reinstaupfen. Genau. Ich würd sagen, ich hol mal den, den Packer, den Razer. Da können wir nämlich auch ein bisschen, äh, Zeug reinpacken. Der sammelt ja auch. Stimmt. Sehr schön. Guck derweil schon mal, ob ich den anderen Trike nicht auseinandergenommen krieg. Hab ich schon. Oder welches meinst du? Äh, ja, dann, ist okay. Was? Vergiss, was ich gesagt hab. Also ich muss da runter lagern, gefällt mir. Danke. Sieht echt schön noch nicht aus. So, hier, der Wikinger-Schiff, also kleines Holzhäuschen. mit dem Schiff, das ist noch schön, kräft, so ein schöner, Alter, nee, komm. Genau. So ein schönes Bonus oben drauf. Schöner Bonus, schönes Bonus, schönes, es sieht einfach nur gut aus. Es sieht einfach nur gut aus. Mh, Pommes. Kreativ, wobei, oh, hier, hier blickt mir doch auch keiner durch, ey. Was denn? Wendheit, komisches, graues, Fieber, Fieber, komisches, braunes, Metall, Zitin, Zitin Kreativ, wir sind beide zusammen, ne? Unbedingt. Oh, nee. Gerritin ist weiter vorne. Och, ey, man geht's am Sack. Jedes Mal geht hier alles kaputt. Hier geht hier alles kaputt. Ist so, ist doch nervig. Warum? Das ist halt so übermotiviert, glaube ich. Mit der Spitzhacke, Instrumen halt auch zum Baum geschlagen, kaputt. Gut. Gibt nur was ich proben muss reparieren. Perfekt. Sehr gut. Hab ich denn noch einen drin, was jetzt hier so schwer ist? So die Steine. Dein Penis. Alter, wie ja die Bäume fallen. Das sowieso. ist auch. Du kannst platte übrigens voll hauen. Der hat's verdient. Was? Ach, hast du das Platty mit? Haha. Ja, dann würde ich das für dich auch mal sagen, weil du bist ja überladen, oder? Äh, nö, ich bin nebenbei am Craften. Ja, dann bleib da wenigstens mal stehen, Mann. Weil, bei Ark ist immer noch das Geilste, wenn das Ding fertig ist, wiegt's weniger, als wenn du die Sachen einzeln hast. Jep, das stimmt. Warum auch immer. Hört so. Hört so. Acht Foundations, das heißt, der Rest muss jetzt nur noch die Wände sein. Ah ne, warte mal, wir brauchen ja auch noch, wo ist das Dinosaur Gateway? 140 Holz. Ja gut, das müssen wir eigentlich noch haben. Steine müssen wir auch noch genug haben. Ja, der Schalt. Und was für ein Viech war gut für Fiber? Wisst ihr das noch? Fiber? Hm. Ähm. Ja. Äh. Keine Ahnung. Jetzt kommen wir nicht mit dem scheiß Affen. Hm, nene, was macht's wann das? Ich wollte es nicht mit dem scheiß Affen. Ich wollte es nicht mit dem scheiß Affen. Ich wollte es nicht mit dem scheiß Affen. Das ist doch eh wie viel Fiber haben. Wie sieht meine Hand aus? Kannst du doch mal hier hinten bei mir vorbeikommen, ich hätte noch so fast 400 Stück im Inventar rumfliegen. Meine, das ist natürlich geil. Meine linke Hand, die hat gerade keine Textur, oder ist das komisch? Hä? Hä? Ja, guck ich euch. Warte, achso, du meinst das Ingame? Ich wollte es nicht sagen, wieso hat deine Hand keine Textur mehr? Hm, naja, hallo Rivano, bist du jetzt auch schon, bist du jetzt gerade in Noxy geschlüpft? Mach dir mal die Brille sauber, es ist spät. Ja, ne, ich glaube, man tut das weh. Ah, traumhaft. Ich will jetzt noch ein bisschen Holz mitnehmen, mit der Show. Boah, also ich kann eigentlich schon sagen, bei der nächsten Aufnahme dann, wenn man die nächste Session ist, steht ja bestimmt alles voll Dinos, weil da hat es schon Gaming hier schon auf den Sommer gewesen. Ja, weil Müller wahrscheinlich in fünf Stunden aufsteht, so morgens um acht. Ey, wir haben ja nur drei Dinos. Auf einmal sieht es so aus wie auf einem anderen Server mit den Dodos, ey. Wie viel, äh, Janik? 20. Mindestens, oder? Zu viele. Einfach zu viele. Alter, wir haben hier einen halben Weg, weil... Alter, bist du müde? Bist du nicht mehr gewohnt nachts ab? Jetzt reden wir richtig. Was ist ein Wald halt? Einen halben Wald abgeholzt. Ich sag das bei mir jetzt lange. Das ist wirklich bei mir krass, wenn ich dann richtig müde bin, fange ich sogar an zu leihen, wie als würde ich bis hinten bin. Das ist wirklich so. Wahnsinn. Das ist der Vorteil bei mir. Wenn ich richtig müde bin, hörst du es trotzdem nicht raus. Ich labe den ganzen Tag rüber scheiße, das ist auch egal. Also nur zu eurer Information, momentan ist es zwei Uhr achtunddreißig. Da seht ihr mal, was wir alles für euch machen. Ne? Nur für euch. Nur für euch. 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 Euch? Euch? Alter. Nein! Oh Mann, jetzt ist meine Picke schon wieder am Arsch. Äh. Oh Mann, ey. Was machst du mit der? Ronkel, ich kann nicht verstehen, dass du da einen eigenen Fetisch hast, aber behalte es doch mal für dich. Wo ist der Trike? Äh, nee, nicht der Trike, der Stego. Den habe ich mitgenommen, der war voll. Alter. Wir brauchen anscheinend noch ein Stego. Alles, alles. So. alles, braucht man alles. Setsch, 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 Setsch. Hey, bleib steh, du Hund. Gibt es hier jetzt auch Hunde? Ja, Nintendogs. Bleib steh! Fand ich so ein ganz kleines bisschen lustig. Yay! Völlig. Da haben wir vier. Außenseite, fünf Stück brauche ich. Wie hat Dynamo gesagt? Ich habe fast gelacht. Ganz trocken. Der Typ ist aber auch eine Sache für sich manchmal, ey. Alter, Vater. Dynamo ist gut. Der bringt manchmal, ja, der ist, der ist total in Ordnung. Der bringt manchmal Sachen so rüber, dass du denkst, wow. Das könnte man auch falsch verstehen, wenn es mir nicht egal wäre. Hast du jetzt alle Nackos bei ihm drin? Ne, ne? Ich habe schon wieder Hunger. Ich habe schon wieder Hunger. Bei mir ist nichts. Du sagst, ich wäre fast verhungert. Ich habe noch sechs Koteletts drin, du weißt nichts damit anzufangen. Was? Muss ich fragen? Oh, ne, ne. Es ist kaputt gegangen. Es tut nur weh bei ihm, das ist normal. Er tut in einem Rechner gestoßen. Gestoßen. Gestößen. Gestößen. Er wecke den Ossi in dir. Ey, nichts gegen Ossis, ja? Lass ihn raus, den Gieser. Ich mag den Ossi, die Leute sind cool. So, sorry, das war ein Sachse, das ist ja, nein, ne? Das war auch kein Sachse. Der Pernister hat im Vertrag stehen, im Film muss man seinen Sachse sehen. Ich glaube, ich kann langsam mal aufhören mit Sachs sammeln, oder? Ja, kannst du machen, du kannst natürlich auch weiter sammeln. Müssen wir halt dementsprechend nur nochmal was anbauen. So, einen Schrank, um das ganze Zeug zu lagern. Oh, Scheiße. Ich komm mal zurück. Ich dus erstmal. Ich dus meine, ich dus mal. Wenn du jetzt sagst, du bist voll mit Thatch, ein Hunderter Stack wiegt zwei Kilo. Wenn du Hunder dran kannst, hast du 50 Stacks voll, Junge. Junge, weißt du was? Junge. Ey, wenn ich älter wäre, wäre es peinlich. So geht's noch. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Sticks. Er kann bis 12 zählen, der Kleine. Oh, die werden so schnell erwachsen. Heute Morgen nachher noch lag er am Strand und jetzt weiter schon. Und er kann bis 12 zählen, das macht mich immer so stolz. Zwölf. Ja, 12. Ist doch gut, du kannst bis 12 zählen. Im Stack so brennt wie. Was ist das hier? Achso. Ach, ist das schön. Habt ihr das Fleisch alles rein? Rein? Rund? Rund? Übrigens, wir brauchen Holz. Fick dich. Komisches bräunes Geduld. Ja, ich hab so ein bisschen. Ich hab Holz. Guck mal, hier Holz und Holz. Und das war's. Was machen wir denn jetzt? 190 Leben habe ich schon. Ich glaube, ich gehe mal auf Damage. Was hast du? Achso. 190 Life. Nur? Ich hab 250 Life und den Rest habe ich den Gewicht. Ich habe 180 Kilo Stämmen, Alter. Ey, Alter. Ja. Junge. Scheiße, es geht schon wieder los. Ich hab mich die ganze Art beherrschen wollen. Junge, ich bin Level 19, ja? Ja und? Ich bin, äh, wo steht denn das? 24. Ist das? Fünf Level, Junge. Ah, sorry. Ich wollte mich beherrschen. Beherrschen? Ey. Da bricht der Hesse durch. Ja, aber ganz gewaltig, ja übel. Verdammt. Ey. Ich hab mir die Nase gebraucht, ne? Ich hab mir die Nase gebraucht. Bist du dir mit mir gegen die Tür gelaufen, oder was? Ja. Ich fahr direkt hinter dir, du machst mir die Tür einfach zu. Vor der Nase. Vor der Nase. Vor der Nase. Vor der Nase. Oh Mann, ich will ja hoch jetzt. Verdammt nochmal. So, jetzt, jetzt hast, jetzt hast du Holz sammeln, oder was? Äh, ja, weil, ich will jetzt ein Dinosaurgate maue, äh, baue. Maue. Okay. Baue, baue. Ich nehm mal dieses Viech hier mit. Doch, wasch. I love it. Hast du gehört? Ja, ja, nimm, nimm, nimm ihn. Ey, man kann ja richtig schaukeln, mit dem Dino hier. Hopp, beweg deinen Schwanz. Nimm, so nicht. Komm. Bitte was? Beweg deinen Spatz, was? Schwanz. Ich, 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 ich glaube, ich habe mich gerade gehört. Tinosaurgate. Ja, wir brauchen noch 100 Holz und, ja, das war es eigentlich, 100 Holz. Komm, nochmal, komm, mach nochmal, komm, komm. Redest du gerade ingame, oder redest du gerade mit deinem Sohn? Ich rede gerade ingame. Mit deinem Sohn. Guck mal, ich rede gerade ingame mit dem Sohn. Oh Gott, ich frage gar nicht. Ich bin gerade auf dem Triton, äh, Schwanz gesinnt. Ja, ach so, ja, warum nicht? Schaukeln und so. Hooray, Hooray, und wie viel Holz hast? Ja, Moment, ja, Moment, ja, Moment. Ich muss ja erstmal, ich bin doch gerade erstmal, äh, Onkel, Hojima, Moki. Ja? Ja, Moki. Du bist ja auch hier, du Fohre. Natürlich. Ich gucke so, wie du erfst. Ich was? Erbe, äh, Schönen. Alter, arbeiten. Ich kann's nicht verleugnen. Okay. Auf jeden Fall brauche ich immer so ein Wundencage. Das will ich wissen, was das jetzt genau ist. Rivano, ich bin immer noch dafür für Rivano, der wird sich freuen. Oder seid ihr dafür, dass Rivano schön in den Wundencage eingesperrt wird? Schreibt's am besten in die Kommentare und wer weiß, vielleicht sehen wir schon morgen, wie Rivano da drin hängt. Macht's gut, Leute. Tschüss. Boah. Ciao. Tschüss. Sehen, hören, lernen. Und es ist... Da? Da? Bis zum nächsten Mal.